Willkommen Leute, wir spielen Cops and Crimes. Das ist ein neues, also ich weiß nicht, ob es neu ist, aber es ist ein Shooter-Game hier auf Minecraft. Und... Bin ich Team Rot oder was? Hä? Oder muss ich die tot schießen? Okay, let's go! Nee, wir sind Team... Okay, nice. Ah, das sind die Kriminellen? Hä? Ich glaube das nicht. Also... Ah, wir müssen die Blauen killen. Okay. Wir sind hier die Cops und die anderen sind die Kriminellen. Das ist schon mal ein neues Spiel, aber das ist ein Siren. Shooter. Fuckin' lag, what the fuck, guys? Okay, Leute, das war mein fetter lag. Ah, don't leave, you will respawn next round. Alles klar. Alles klar. So, dann schauen wir mal, wo die... Ah, hier ist er. Und wir haben nur noch ein Cops alive. Und was ist denn das? 30 Sekunden left. 30 Sekunden left. Alright. Okay. Gut, gut. Ähm... Ja, ist auf jeden Fall ziemlich ein nicees Game, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob die nächste oder an... Cops win. Cops win. Okay, die Cops win. Ah, okay, wir waren die Kriminellen. Die Blauen sind, also die Cops. Jetzt bin ich wieder im Kopf. Was ist das? Eine Bombe? Alles klar, nice. Alles klar, war ich One-Shot oder was? What the fuck, Leute? War ich One-Shot? What the... No way, guys. No way. Okay, das war jetzt ein Fail. Ich brauche One-Shots. Ich glaube, mit der Gun ist man... Also One-Shot, ne? Cops win. Und die Cops haben schon gewonnen. What the fuck, was war denn das für Cops? Alles klar, nächste Runde. Was bin ich? Wieder ein Willem. Okay. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt rassiere ich richtig ab. Come on. So, jetzt Leute. Jetzt gewinnen die Lanes. Alright, let's move out. Flash, I'm in a Firebomb. Eh? Noooll! Alter, was sind das für Cops? was sind das für kranke kops what the fuck leute also das sind wirklich kranke kops hier wir haben keine chance wir bösen jetzt habe ich die schnauze voll wir müssen hier taktisch besser no what the fuck okay ich habe keine ganz mehr muss ich mich so hinzunehmen alles klar ich muss schauen weil das war richtig um ja es gibt noch eine runde alles klar hier ist der shop was kann ich mir kaufen 3.000 watt der frage ich habe doch nicht so viele kreis also es sind die kreisier tausend nur m alles fahrt geht klar wir ab um ein gott wissen so schlecht ok da ist so wohl liebten als wir das ihren ab jungs und wenn es wir rasieren ab hier hier die böse Wichte laufen zusammen und rasieren die Krupps ab noch ein Krupp lebt wir sind auf der Kruppe ok nice wir haben gewonnen aber wenn ich als einziger gestorben bin aber ich werde besser game over so ach ok das game ist ganz over ja als letztes nochmal gewonnen ich war richtig schlecht diese Runde aber war mein meine erste round war auf jeden fall ziemlich cool ähm ich glaube davon werde ich jetzt echt mal noch ein paar mehr Runden raushauen so 10 Runden oder so weil das game war richtig nice zum FBS Shooter wie hieß das Cops and Crimson ja voll richtig nice ähm ja also dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen hoch da und yo bis zum nächsten Mal tsch tsch oh dsch dsch tsch bis zum nächsten Mal